Bei der Macht der Allianz. Unsere Feinde werden untergehen. Was kann ich für euch tun? Lasst euch nicht vom Klabauten machen. Ja! Musik Musik Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hinüber gesehen habt. Ein Angriff auf die Stadt Daza'alor dürfte zu ein paar Spannungen zwischen Horde und Sandalari führen. Wir wollen sie gen Norden nach Nazmir locken. Wir greifen sie wie Gerias an und scheuchen die Blutrolle auf. Meine Leute bilden Kommandoeinheiten, um euch zu unterstützen. Und Hochtüftler Mekka Drills Ingenieure werden der Horde ein paar böse Überraschungen bereiten. Die Gezeitenweisen verbergen mit Hilfe des abyssischen Zepters unsere wahren Absichten im Nebel, während die Flotte von Süden in Daza'alor einfällt. Ich mache euch nichts vor. Es werden nicht alle heimkehren. Wir müssen der Horde einen glaubwürdigen Angriff präsentieren. Opfer werden sich nicht vermeiden lassen. Aber wenn wir Erfolg haben, setzen wir diesem Krieg vielleicht schon in wenigen Wochen ein Ende. Um euch ranken sich mehr und mehr Legende. Eine Gelassenheit leite euch. Eine Gelassenheit leite euch. Braucht ihr Hilfe? Bu Der Kosmos ist voller Mysterien. 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 Vor uns liegt voller Mysterien. Vor uns liegt voller Mysterien. Vor uns liegt ein langer Weg. Der Kosmos ist voller Mysterien. 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 Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die wahre Schlacht liegt vor uns Ich werde niemals vergessen Mein Name ist Shaw, Matthias Shaw Die Mission ist noch nicht erledigt Gelassenheit leite euch Geht euren Weg mit Zuversicht 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 Oh, shit! Das war's für heute. Ich bin aus Erreichweite. Ich habe kein Ziel. Ich bin aus Erreichweite. 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 Ich bin aus Erreichweite.